Es geht weiter mit Wyvern Gefährte. Was bleib ich denn? Eieiei. Pilz Gefährte ist viel cooler. Schau dir diese coole Sau an. Oh, so cool. So viel Swag. Oh, so welche Moves. Du bist doch nur eifersüchtig, Wyvern Gefährte. Ach, Rolle. Okay, warum nicht? Ich hoffe, von den Stadtbewohnern hat keiner Höhenangst. Das hatte ich nicht bedacht. Knapp. 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 Wo ist die goldene Kugel? Verdammt. Wo ist sie? Auf der linken Seite. Das wissen müssen. Goldenes Kügelchen. Da. Das ist mal ein Glückswürfel. Das ist er. Sonst geht nichts ab. Die Blätter gehen ab. Die tanzen. Das geht ab. Das geht's gut, Tina. Ja. Gute Knieschoner. Ich weiss, ich weiss. Bewortungsfeste. Immer schön alle Kisten wegschlagen, Jungs. Oh, Mädels. Gentleman und Gentlewoman. Eine Augenklappe? Hast du? Das ist doch freundlich, oder? Nein. was ist es? Ableben. hier riecht es irgendwie heroisch ich wollte gerade sagen warum hört sich das nach purzahn wegen pilzgefährten der beste snapper im lande das ist nicht gut für mich eigentlich gewesen der zauberschaden bringt nicht wirklich viel wenn es ein passiver zauber ist oder radios bringt auch gerade nicht wirklich viel was wollte ich mir jetzt gerne rüstungen oder deko heute komische geräusche in elex 20 die stimmen des elexes oder das punkt im elex hier keine ahnung was ich höre pilzgefährte putzen total der pilzgefährte dann nehme ich das weiste teil auf jeden Fall gefährt ist nicht so cool ich hätte den anderen gefährten nehmen können aui der macht blöde sprüche wenn dann naja das ist doch kann man sich seine gefährten halt nicht aussuchen vivan vivan molch das kann vivan monkey zwisch mönch mönch und naja same thing right mhm mehr vivan ich weiß nicht wie gut zum snipen gehen die vivan naja zum draussenkampf wird die snipe her ausgewechselt wohnen hat sich keinen sinn mehr so viel munition habe ich auch nicht in meinem scharfschützengewehr das macht es mangelt mir an munition skill ahhh mhm so die sind ja und die sind ja der ist cool der typ rennt da einfach durch den wind durch mich würde es wegwägen weil ich so ein skelett bin weiß nichts anderes zum reiten was ist hinter mir oooohh wind ja verdammte windpädiger brachen die vivan antrot das ja 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 du bist rotflitter, ich bin mensch rotflitter wir reißen dir das ekelhafte fleisch von den knaren das war der rober kill, verdammt, er hustet noch immer, muss wohl ungeimpft sein rein in den turm aber zuerst aufklettern einen schwachen zauber nicht zu schreckhaft blitzgefährte stoppt abgleich interessant schaut cool aus auf jeden fall verstehe zum aufladen ich mag die auflade waffen nicht futuristic weapons nichts hier oder nein wirklich nichts nur wind na dann weiter bis zum boss und dann ist fertig jo was gibt es hier da sind doch nicht gegner kommen nein noch nicht nichts hier das ist doch eindeutig eine gegnerzone nur ein ganz normaler tag in unserer wunderbaren es reicht es geht mir nicht gut ich habe schreckliche höhenangst und jetzt stecke ich für immer in zehntausend ellen höhe fest atme junge stell dir den ozean vor deinen wohlfühl ort im ozean kann dir nichts passieren er wird immer für dich da sein sei mutig und schau durch die lücke zwischen den wolken dort findest du ihn bei den hey du bist ja wieder groß das das mag ich an dir du achtest immer auf die details meine pehenschnur haare sagen mir dass ich bei der nächsten bösen blume mehr zupacken muss du wirst mir rückendeckung geben müssen komm gut der parasit zerrt von der lebenskraft der bohnsstange und das gulde ich nicht diese große schöne bohnsstange muss beschützt werden für die stadtbewohner äh von mir aus von mir aus da ist sie jetzt halt die die dinger vom leib es ist Zeit für ausschlagbargien waaaaaah schön Wasser drüber hauen am besten kaltes nee ich bin kein Fan das Auge ist frei er war doch schon tot Pilzgefährte verdammt du Schweindel oh oh Pistol er hat das doch Pistol das war ein verschwindeter Zauber uh das geht ja richtig ab mit dem Zauber oder danach ich brinke Bier aus deinem Kopf ich brinke Bier aus deinem Kopf da geht's ab verdammt ok mit dem Zauber ist die Waffe nochmal extra stark uuuh da ein bösartiger das macht auch nicht das macht auch nicht das macht auch nicht ich mach das kleine Ding weg wo ist der Großer verdammt da ist wir gestorben du wurdest entwurzelt gut dass wir Feen nicht schwitzen können wir funkeln stattdessen zieh mich ab im Punkt gelöst auf jeden Fall sollten wir jetzt das Monster erreichen können wir treffen uns in der Stadt machen wir das ah ich bin doch vorge- gehen wir ja 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 vielleicht vielleicht ich bin vorgelootet bevor ich unten bin ich bin ja gar nicht dran da übrigens wusstest du dass Knochen eigentlich trocken sind im Ernst schlag es nach ich glaube dir aber wir gehen ins Bild uuuuuh ah wenn man nur alles aufschlagen könnte im echten Leben auch hm da stimmt wer zum testen hm da stimmt wer zum testen hm hm ja damit naja mal schauen da ist das im G auch aber das ist Gott so gut das was wir haben das braucht nicht ausgetauscht zu werden normal uuuuuh ach komm schon wirklich ich nehme das wegschwert so second time verdammt da wollte ich einfach wieder runter slideen da wollte ich einfach wieder runter slideen ne ne verdammt ich bin schon fast voll dann weiter da was das farbige ist noch am Boden was Wert hat hab ich da unten Tomaten ich kann mich nicht erinnern mal vom Bossfahrt sind immer Tomaten ach wurscht weiter 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 oh das geht echt weit runter Tomodachi ach ich hab dich probacht aus Stahl also rutsch los die Scheiben waren da die man abschießen kann uuuuuh wenn ich sie alles sehe nein das war nichts wow hohohoho ich glaub ich hab schon eine übersehen ich bin fast runter geflogen Tina ach du scherzt ach ja zwei Stück mehr werden es wohl nicht sein oder warte mal kein Bosskampf doch doch der ist ein Bosskampf Brent Price uuuuuh auf auf ah äh nie ne auf welche Seite komme ich da ran hallo Jungs hier 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 aufmachen glücklicher rara wirklich ah da ist Sniper ich glaub ich hol's mir nachher da sind die Automaten kann ich Offscreen verkaufen wo sind die nächsten Automaten hier ganz in der Nähe ich weiß es genau hier und dann nachher Bossfeld machen und diese Mission nochmal annehmen und diese Mission dann auch machen hoch oben über den Wolken auf der großen Bohnenschlange benötigt eine knappe kleine Sache eure Aufmerksamkeit ein Zauberer braucht etwas Hilfe bei einer Sache na los helft ihm für Geld bezahlt naja ja 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 nächste Folge Tschüss, auf